Hey Freunde, wie geht's denn so? Hier ist euer Killerzwerg mit seinem Klo. Wir sind hier immer noch in dieser tiefen, tiefen Höhle und unser Zeug ist da fertig. Ich hab hier das Ding schon wieder hingesetzt, damit wir da wieder normal drüber laufen können bald. Und ich hab gerade was rausgefunden. Also, gehen wir kurz mal ganz hoch. Ganz hoch, ganz hoch, ganz hoch, ganz hoch. Hier sind wir, also rechts oben sieht man ja die Uhrzeit. Und daneben steht Canyon 51 Grad, wobei ich denke mal, dass die Grad, die sind Fahrenheit und keine Celsius. Weil da unten wird's ziemlich warm. Ich hab aber auch gerade keine Ahnung, wie viele Grad Celsius und 51 Grad Fahrenheit sind, also fragt mich bitte nicht. Könnt ihr ja googeln. Und ja, wenn wir jetzt da runter gehen, dann kommt Fossil bei ungefähr 60 Grad. Hier waren 50 Grad Canyon und dann 60 Grad Fossil. Das bleibt auch eine Weile so. Und dann springt es auf einmal demnächst hier von 60 Grad auf knappe 90 mit Stalaktide. Dann haben wir hier schon unten, ja gut, immer noch 90, also kurz mal 100. Das heißt, hier gibt's in der Nähe irgendwas Besonderes, glaub ich, wenn's da Hundesgrad hat. Wer weiß, das ist für 86 der Hund, 86 100. Hm. Irgendwas Besonderes. Keine Ahnung. Werden wir irgendwann rausfinden, denk' ich mal. Aber wir gehen weiter runter, weil da gibt's dann ganz viel Besonderes. So. Weiter buddeln. Wir buddeln bis zur Hölle runter. Äh, da nicht. Da. Der Rittisch kann ich da wieder eine Futzel hinbauen. Dumm, dumm, dumm. So. Gut. Wir sind immer noch bei knapp 90 Grad. Und es geht tiefer, 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 bis in die Hölle runter. Ähm, jetzt hab ich das schon tiefer gemacht, okay. Dumm, 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 da kommt Matsch. Wieso kommt ein Matsch auf einmal? Hm, ich hoffe, da kommt kein Wasser. Äh, verdammt. Da muss ich dir das ganze Wasser, was da reinläuft, irgendwann, eventuell. Oh. Nein. Lama. Geht es da jetzt tief runter? Nein, geht nicht. Oh. Wir haben neues Zeug gefunden. Oh, nicht noch mehr. Ähm, ja gut, da kommen wir nicht runter. Wir müssen erstmal hier was machen. Ironbomb. Und Seildruck brauchen wir noch. Wo gab's denn nochmal? Maschalldruck. Ähm, keine Ahnung. Ich mach hier nochmal eine Funzel irgendwo hin. Machen wir hier eine Funzel hin. Dann da unten nochmal eine Funzel hin. Obwohl, doch, da. Ja. Da eine Funzel hin. Theoretisch könnte ich hier auch gleich wieder die Dinger hinmachen. Bäm, bäm, bäm. Bäm. So. Dann komm ich da hoch. Nö. Natürlich nicht. Dann muss ich das da weg. Das ist da weg. Das ist da weg. Das ist da. Passt. Das ist da weg. Das ist da weg. Das ist da. Passt. Das ist da weg. Das ist da. Ups. Hä? Ach, keine Ahnung. Machen wir jetzt erst mal das. Oh, mir ist heiß. Ich stehe auch auf den heißen Kohlen. So. Das Zeug wieder hin. Komm ich da hoch. Komplett. Nein. Das ist da weg. Dahin, dahin. Und. Ibi. Da unten geht's nicht weiter. Da unten geht's nicht weiter. Da haben wir verkackt. Brauch ich so scheiß. Seildruck. Seildruck, 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 Seildruck. Wo gibt's denn da Seildruck? Nirgends. Hm. Ha, 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 ha. Ich buddeln da wieder. Da, 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 da. Irgendwo wird's ja auch Seildruck geben. Oh, oh. Oh, oh. Da geht's weit runter. Oh, oh. Seildruck. 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 Hm, 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 hm. Dann machen wir da jetzt so. So. Äh, wie mach ich jetzt da? Keine Ahnung. He, he, he. He, he. Eieieiei da wieder so ein komisches Fick, so ein klitzy Ding da jetzt ist ein paar Kling Dingens da Maschumma ich will da nicht runterfliegen Hehehehe aber das ist ja mega duzel hier dass ich da nichts erwischt hab Eieieiei mann 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 nehmen wir da so einen schönen raum hin können die ja theoretisch hier wieder fackeln hinsetzen bisschen was sehe ich noch so ich mach jetzt da fackeln hin und da auch noch eins weg passt doch oder? ja passt da gehts runter oh Sightstone äh Sightrock das da auch oder? ja mit ah mein Ding kaputt gut dass ich nur zwei gemacht hab höhöhö Sightrock, 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 Sightrock das Problem ist nur wenn ich da runter geh und da unten gibt's Viecher dann kommen die ja auch hier hoch ich sollte vielleicht ne Tür bauen höhöhöhö ich mach jetzt hier ne Fackel hin irgendwo da ist ne Fackel, dann mach ich hier eine hin geht nicht so büm 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 da baue ich auch noch was hin so dann kann ich das da noch weg machen und dann kann ich da runter hihihi mach ich da aber den Weg noch ein bisschen breiter glaub ich ist da noch ein bisschen weg Sightrock könnte ich auch weg machen ah noch mehr da auch noch hm 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 so 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 gut passt passt hier irgendwie so gut ich kann da auch noch was hin machen und da noch was da was da was dann sind wir da unten dann kommt da so ein schönes Ding das machen wir weg ok ok Mineralwasser huh wir gehen unter die Öko-Freaks so dann machen wir da aber nochmal Treppen hin so ähm darüber gut da vielleicht noch gut da könnt ihr auch noch ich hab nix mehr hehehe egal ich mach jetzt da noch eine Folge hin das ist dann auch die letzte was ich dabei hab hm so und dann haben wir hier ein Licht bisschen wenigstens das Mineralwasser will ich nicht rein ich weiß nicht ob das kiftig ist wer weiß er dann und noch mehr ich Hihi! Wir haben den Jungbrunnen gefunden! Jibbi! Für immer jung! Ja, ja, so kann es gehen. Man hat Angst vor nur Wasser und dann fällt man auch ein bisschen rein und... Oh! Was man mit dem Zeug wohl anstellen könnte? Man braucht mehr Fackeln, verdammt! Ich habe doch Kohle. Äh, da. Kohle und dann brauche ich noch Food und Woodrot. Woodrot. Ach, ich habe doch so ein Ding da. Jaja, das juckt mich grad nicht. Hähähähähäähähäähähähähäh. Gedacht da, oh verdammt. Die Fange können dich jetzt noch auch schön sitzen. wieder da rein in das komische Zeug da äh ja, das liegt noch nervt langsam so, dann gehen wir mal wo geht's denn da hoch, da dum 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 ach so noch mehr Zeug zum sammeln sieht nicht so aus, ok können wir das auch wieder zu machen ähm, so, 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 gut ich will immer fast in das Ding da rein vielleicht steht es doch nicht ganz so geschickt hier direkt vor dem Loch so, äh was brauchte ich denn jetzt nochmal? ich hab gar kein Holz dabei, oder wie? ne, verdammt verdammt, verdammt, verdammt und ich brauch mehr, mehr Eisen und hab nur drei die 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 auch nicht in dem Ding, sondern in dem Ding und die 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 neue die 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 work das Ohne in das giftige Wasser zu fallen, da rüber gehen. Verdammt! Du dummes Dreckstück, du blödes! Mann! Musst du mich so erschrecken, verdammt! Ich hasse dich! Ich hasse dich! Ich kann dich doch klingeln, hehehehe! Bim, Bim! Doch, verdammt! Ah! Wieso hast du mich geschlagen? Der macht mich doch gut, wenn ich pecke. Wieso stehe ich jetzt falsch rum da? Keine Ahnung! Ähm... Mach da besser zu! Irgendwann! Irgendwann! Obwohl, vielleicht soll ich dich da offen lassen, ne? Habe ich nicht irgendwas, wo ich da hinbauen kann? Tür kann ich nicht und die Tür auch nicht und die da auch nicht. Ha, ha, ha! Egal! Du dumm, du dumm, du dumm, du dumm, du dumm, du dumm. So, äh, 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 darüber. So, jetzt muss ich aber kurz gucken, ähm, 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 darüber. Jetzt muss ich aber kurz gucken, was wir hier unten noch so brauchen. Nein! Das war ja so klar, dass ich da irgendwann mal direkt durchrenne. Aber ist egal, ich brauche ja sowieso irgendwas von da drüben. Ach, egal. Egal, 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 egal. Nicht nur, wo wir wieder rennen. Ei, ei, ei. Nee, ich hasse das Zeug da. Ei, 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 ei. Puh! So, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen... Das Zeug brauchen wir auch. Ah, ha, 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 ha! Und das Zeug brauchen wir bestimmt auch irgendwann. Fangeln brauchen wir auf jeden Fall. Moss und Crackwut. Crack. Wir brauchen Crack. Crack, Crack, Crack. Nein, Moss. Muss ich hier schon mal suchen. Crack, what? Moss, 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 Moss. Keine Moss da. Hier Moss. Ha, du, 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 du. 32. Ha, ich muss raus. Moss. Da vorne gibt's Moss. Dum, 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 dum. Verdammt die Kacke. Das war's falsch, du. Ah, ist doch blöd, oder? Und? Komm doch her. Komm her. Komm her. Komm her. Verdammt. Das ist nix in... Ich bitte nicht stehlen. Die bauen alle bei mir oder nee? Ja, gut. Dürfen sie auch. Oh, da drüben. Was? 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 Da weißt du jetzt nix in bisschen mehr Moss an dem Baum dran wär. Eins. Oh, da. Zwei. Und... Drei. Drüben geht es noch da oben. Das ist schon ein bisschen unten. Nicht zu weit oben. Ist da. So. Gut. Da noch was. Okay. Und da. Sollte jetzt reichen für ein bisschen Faggeln. Ein paar. 1000. Naja, nicht ganz so viele, aber schon ein paar. Okay, 112 Faggeln. Das reicht eine Weile. Jetzt nur wieder zurückfinden. Gut, dass ich da oben so ein X hab. Da ist wieder Salat. Also so, Chris Pet. Let'sch. Let'sch. Ähm. Darüber. Das ist angeblich. Ob stimmt, keine Ahnung. Da oben ist meine Hütte. Angeblich. Könnte sowas sein. Das ist in dem Fall, wenn man so einen Krach macht. So, was brauche ich denn noch? Das Zeug. Stumlep. Äh, Slap und Wutzlep. Hab' ich da eigentlich irgendwo noch Slap drin? Nö. Das da und das da. Das da. Hm, 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 hm. Das da. Da hab' ich Slap. Da hab' ich nix Slap. Und da hab' ich auch nix Slap. Bumm, bumm, bumm. 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 Ich mach Holz, davon hab ich mehr. Das könnte ich auch machen. Es gibt leider nur eins. Verdammt. Mir fällt, glaub ich, eins dann. Genau. Obsidian Slap und Seashells. Theoretisch könnte ich auch noch so ein Ding da bauen. Was ich gerade mache, da drüben. Und... Ich hab keine Ahnung, was ich noch brauche. Ähm... Nee, doch. Also das Ding da noch. Und 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 und. Feral Pixie Fur. Dropped by Feral Pixies. Aha. Found in dark sense and humid regions of the world. In dark dense... Was heißt dense? Nee, blick. Noch so. Keine Ahnung. Vielleicht ist das von den, von den, von den, von den, äh... Dschungelbiestern. Dschungel, Dschungelschweinchen. Dschungelbiestern. Ehm... Keine Einsegelsteinfettisch. Dschungelbiestern. 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 Das kann ich nicht da oben rein machen. Peekstone. Geht auch nicht. Falsch ist das. Sieht ihr an? Ist er vielleicht? Nö, immer noch das. Na ja, egal. Dann machen wir da wieder... Was machen wir denn da jetzt rein? Das da auch nicht von mal. Das da... Davon hab ich ja jetzt einige. Ach, Container ist voll. Ich brauch schon wieder neue Container. Ich brauch ne größere Hütte. Und? Ich könnte ja da hoch noch gehen. Ja. Du sollst da rüber, Mann. Oh, da drüben ist was fertig. Gut. Okay, dann das da. Eine. Und von den Dingern, wie viel machen wir denn da? Es gibt immer nur eins. Hm, acht Stück. Sollte reichen. Denk ich mal, auf ich mal. Äh, hm. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon machen will. Aber am Ende brauch ich das und hab's nicht. Okay. Egal. Dum, 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 dum. Okay. Ich glaub ich hab jetzt alles, was ich wollte. Fackeln hab ich auch nen Arsch voll. Und dann sortier ich mal den Scheiß da wieder rein. Äh, Kohle hab ich auch nen Arsch voll inzwischen. Und dann... Fuh. 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 Hinter ist auch noch Obsidian. Fuh. 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 Kann ich gleich noch mehr eins reinmachen. Fuh. Fuh. Sind was? Näm, da. Genau. Machen wir das Ding dann mal raus. So. Das kommt auch noch da rein. Und... Okay. So. Wo habe ich denn den Salat drin gehabt? Da. Okay. Da rein. Bisschen. So. Ups. 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 Da kann ich das Doreen aufhören. Das da. Stattdaten kommen da mal rein. So. Okay. Ich glaub. Das soll die. Sechzig. Sechzig. Ups. Gut. Ups. 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 Gut. Okay. Ich baue grad noch mal eins irgendwo. Ha. Hau da auch ab. Gut. So. Ups. Ich glaub das reicht. Frisch mal. Ups. Ups. Das hab ich da. Äh. Brauner. Kackpilz. Hab ich nirgendwo drin oder wie? Wo ist der ganze braune Kackpilz hin? Ähm. Da oben ist er doch. Okay. Gut. Die zwei komischen Hütchen da, die lass ich jetzt da drin. Insgesamt hab ich hundertvierundvierzig Fallen. Die reichen ne Weile. So. Oh. Iron Balls. Iron Ball. Iron Balls. Iron Balls. Iron Balls. Iron Balls. Iron Balls. Wo sind die scheiß Iron Balls? Da. Do not pass gold. Do not collect 200 stone. Aha. Können wir nen Knast bauen? Hehehe. Na dann. Gut. Dann würde ich jetzt mal sagen, die Folge geht ja immerhin schon wieder ne knappe halbe Stunde. Dass wir hier nen Schlussstrich zielen für heute. Und dann sehen wir uns demnächst wieder, wenn's hier weiter geht. Und ich warte solange bis hier die Forge fertig ist. Damit mir keiner das Eisen klaut, falls ich das nachher vergesse, wenn ich offline gehe. Und ja. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.